Hallo Leute, Apples Scary Fast Event heute in der Nacht war genau das, erschreckend schnell. Nur wenigen Minuten, aber es war trotzdem super spannend. Hier sind, kurz gefasst, alle Details, die ihr wissen müsst. Zentrales Thema war der Mac. Apple präsentierte das neue M3-Chip-Lineup und dadurch haben wir zum ersten Mal alle drei Chips gleichzeitig bekommen. M3, M3 Pro und M3 Max. Diese Chips sind echte Leistungsmonster. Der M3 hat eine 8-Kern-CPU, eine 10-Kern-GPU und ist bis zu 35% schneller als der M1. Er unterstützt bis zu 24 GB gemeinsamen Speicher. Der M3 Pro kommt mit einer 12-Kern-CPU, einer 18-Kern-GPU und ist bis zu 40% schneller als der M1 Pro und er kann bis zu 36 GB gemeinsamen Speicher nutzen. Der M3 Max haut um mit einer 16-Kern-CPU und einer beeindruckenden 40-Kern-GPU ein echtes Biest. Er unterstützt gewaltige 128 GB gemeinsamen Speicher und ist bis zu zweieinhalb Mal schneller als der 16 Zoll MacBook Pro mit M1 Max. Oben drauf gibt es eine brandneue Farbe für das MacBook Pro und das ist Space Black. Es sah in den Renderings nicht so toll aus, aber wir haben gehört, dass es in der Realität viel schöner ist. Wir warten ab. Es gibt noch was. Wir haben richtig getippt, denn der 24 Zoll iMac wurde ebenfalls auch aufgerüstet, allerdings nur mit dem M3 Chip, also kein Pro und kein Max, aber mit einer vierfachen Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Intel iMacs mit 21,5 Zoll. Nicht schlecht. Es ist ein riesiger Sprung. Das war es eigentlich. Ein schnelles Event und in ca. 30 Minuten vorbei gewesen, aber trotzdem richtig interessant für die, die auf die M3 Chips richtig gewartet haben. Bei uns ist es noch nicht so schnell vorbei, denn jetzt wollen Jens und ich euch unsere Gedanken zu den Neuheiten mitteilen und ein bisschen was besprechen. Bleibt dran. Ja, da sind wir bei der Diskussion, die Lin schon angedeutet hat. Das Event ist vorbei. Es war schnell, Jens. Es war super schnell. Halbe Stunde, ne? Dann war es erledigt. Kurz und schmerzlos. Also es gab Stimmen, die haben gesagt, das hätten wir ja auch in eine Pressemeldung packen können. Naja, es war schon mit der üblichen beeindruckenden Grafiken und Präsentationsmöglichkeiten. Also es war schon ein bisschen so wie so ein Mini-Keynote. Und ich selbst hätte nicht gedacht, dass es wirklich nur um zwei Produkte geht. Also das hat mich sehr überrascht. Ja. Apropos, hast du eigentlich den Hinweis am Schluss gesehen, dass das komplette Event mit iPhone gefilmt wurde und mit Mac geschnitten? Nein. Das habe ich verpasst. Ich denke mal, die haben da noch ein bisschen mehr Technik am Start gehabt, so um das iPhone rum. Weil ich meine, es fing an mit irgendeinem Drohnenflug durch das Ding. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja. War bestimmt ein bisschen Computergrafik dabei. Ja. Aber immer. Es war schon gut. Ja gut. Aber was bei dem Event, was gab es nicht, was viele Leute gedacht haben? Ja, ich meine, wir können nachher dann halt erzählen, dass, also ich habe es ja schon in dem Clip vorher ja erklärt, dass wir eigentlich wenigstens recht haben. Und ich war so, oh bitte, hoffentlich. Wir haben ja letzte Woche schon unser, also schon gedacht, was für uns halt, was wir denken kommt. Und die Dinge, die, aber es waren jede Menge Sachen, die nicht gekommen sind. Da war ja kurz vorher so viele Leute, die darüber gesprochen haben, dass sie dachten, da kommen iPads. Ich glaube sogar, Marc Görman hat gesagt, die iPads pro kommen. Ja, ich fühlte mich zwischendurch von Marc Görman echt im Stich gelassen, als, also wir hatten ja gesagt, wir denken, dass die, dass die kleinen, also die normalen iMacs mit der M3 kommen. Wir haben auch vermutet, dass es nicht mit den starken M3s kommt, sondern das war alles richtig, was wir gedacht haben. Aber als wir dann fertig waren, überall las ich nur, wie alle gesagt haben, oh, ja, also der MacBook Pros kommt mit den drei verschiedenen. Und ich so, oh mein Gott, und wann das unserer Vermutung gar nicht kommt, ist das mega peinlich. Ja. War aber zum Glück. Ich glaube, da lagen viele Leute falsch. Also ich habe alles mögliche gehört von einem AirPods Max 2 über irgendwie eine Mac, der sich mit dem USB-C-Pencil von letztens bedienen lässt, bis zu den 32 Zoll iMac. Und sogar Mac Pro war irgendwie vorausgesagt, aber gut, es war letztendlich nur MacBook Pro und iMac. Ja, also Mac Pro hatte ich auch gehört, manche so gedacht haben, dass das kommt. Ja, aber ja, es war knapp, es war konzentriert, aber ich meine, man darf ja nicht, sagen wir mal, unterschlagen, wie mächtig diese drei neue Chips sind und wie beeindruckend die sind. Und dass es durchaus legitim ist, zu sagen, okay, hier sind nur zwei neue Produkte, denn es ist ja auch ganz klar, dass ganz viel kommt für die nächste Keynote. Also ich denke, der nächste Präsentation mit Neuheiten werden schon durchaus umfangreicher sein. Also von daher, es war okay, es war sehr kurz gehalten, bin auch selbst froh drüber. Ich möchte nicht unbedingt so, nachdem wir in September schon eine Keynote hatten, nochmal irgendwie so eineinhalb Monate später oder knapp zwei Monate später nochmal eine Stunde und dann tausend Sachen vorgestellt bekommen, weil das so viel Arbeit ist dann für den Blog. Ja, das ist meistens auch in dem November, Ende Oktober bei der Keynote ist, meistens irgendwelche Kleinigkeiten. Ja. Und das war ja diesmal auch so. Ja. Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, weil diese Ankündigung mit Halloween und so. Ja, ich habe Scarier erwartet. Ja, man hat irgendwie ein bisschen was anderes erwartet. Ich meine, die haben sich ja dunkel gekleidet und so, aber gut. Ja, sie haben es aber so groß aufgezogen, so allein, dass sie eine andere Uhrzeit nehmen wie sonst. Das hat schon ein bisschen darauf hingedeutet, dass irgendwas besonders Tolles kommt, aber letztendlich. Er hat nur Irritation gebracht und nicht wirklich, das war es nicht. Na gut. Und schlaflose Nächte für manche Deutsche. Na gut. Was hältst du von den neuen drei Chips? Ja, gut. Also. Gut. Schnell. Schnell auf jeden Fall. Ich meine, die Grafiken von Apple, die sind ja immer beeindruckend, wenn sie da irgendwie vergleichen. Gerade zu den alten Intel Macs wurden ja viele Vergleiche gezogen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sie wollen jetzt die letzten Leute, die jetzt noch auf Intel Macs rumdümpeln, auch dazu überzeugen, dass sie sich jetzt einen neuen Mac mit Apple Silicon kaufen. Ich denke, es ist Zeit sowieso. Also die haben jetzt extra auch sehr viele Preise sehr gehalten. Ja, sogar günstiger geworden. Ich meine, der kleinste ist, glaube ich, in Amerika von 1999 auf 1599 runtergegangen. Also US-Dollar. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt in Deutschland entwickelt hat, aber das finde ich schon einen ordentlichen Sprung nach unten. Ja, als ich die Preise gehört habe, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das was für mich. Ja, den kleinen, ich weiß nicht, ob man den tatsächlich will. Nein. Also das kleinste MacBook Pro mit 14 Zoll, das ist jetzt das, was den 13 Zoll aus dem Portfolio gebügelt hat. Ja, also kein Touchpad mehr. Genau, keine Touchbar. Touchbar. Touchbar heißt das Ding. Also man sieht schon, wenn Lin das nicht kennt, wird es nicht oft benutzt. Also ja, mein Kollege hat einen und wenn ich das sehe, es wirkt so fremd. Also ich hatte es auch eine Zeit und am Anfang habe ich gedacht, man muss sich da irgendwie dran gewöhnen. Aber im Prinzip, wenn man das MacBook an einem Monitor hat, dann guckst du immer so hoch oder so geradeaus. Und das ist einfach zu viel Arbeit, wenn du da runter auf die Tastatur guckst, um irgendeine Taste, die sich da jetzt darstellt, zu typen. Wirklich durchgesetzt und nicht bewahrt, also sehr, sehr, sehr leistungsstark. Ich war, ich habe dann auch wirklich ein bisschen so gespürt, dass das definitiv, ja, ein Wunsch ist in diese Zeit der neuen Medien. Also diese aufstrebende Märkte mit künstlicher Intelligenz und all diese Dinge. Du hast echt gemerkt, dass die diese, diese Branchen zusammenbringen wollen. Also ihren normalen, sagen wir mal, die natürlichen Apple-Kunden, die aber für die Dinge, die sie machen wollen, eigentlich noch nicht das richtige Gerät haben dafür, haben das jetzt. Also die haben jetzt diese mega leistungsstarke Macs für diese AI-Bereiche, für Videobereiche, für Animationsbereiche, all diese Dinge und auch Gaming. Also das ist definitiv klar, dass sie diesen Markt erobern möchten und es ist auch Zeit. Ich weiß nicht genau, was sich hinter Mesh-Shading verbirgt. Also übersetzt ist es irgendwie Netz-Schattierung. Ich nehme an, das ist, die 3D-Objekte werden ja aus dem Mesh quasi aufgebaut und dass diese Schattierungen dann besser werden. Dafür gibt es dieses Mesh-Shading und das Raytracing, was auch jetzt in der Hardware verbaut ist, um den Prozessor zu entlasten, ist das Lichteffekte. Also dass der Einfall tatsächlich von Lichtstrahlen oder der Weg von Lichtstrahlen berechnet wird und Reflektionen und solche Sachen dann besser dargestellt werden können. Also ich muss sagen, meine Tochter studiert Animation und Game Design und sie erzählt, in ihrem Studiengang hat exakt keine Person ein Apple zum Arbeiten. Der Einzige ist ein Professor, der das hat und das ist total umständlich für ihn. Und alle belächeln das, aber er setzt es durch, dass er mit seinem iMac dann immer die Dinge macht und auch präsentiert und so. Er ist der Außenseiter. Ja, der ist Außenseiter und ich meine, ich denke, das ist für die absolut, also ich denke, das ist ja auch üblich und ich denke, die wollen auch diesen Markt erobern und das verstehe ich total. Es passt auch gut zusammen. Die Dinge sind so mächtig. Also ich sage mal, für mich, naja, die M3 Pro Maximum ist das, was ich gebrauchen würde. Also natürlich, mehr ist immer mehr, gerne mehr. Aktuell hast du den M1 Max, aber wir haben das Max-Modell, glaube ich, nur gekauft, damit wir die 32 Gigabyte RAM kriegen. Genau, genau. Ich hatte vorher mir so ein 16 Gigabyte RAM MacBook gekauft und da ist echt alle paar Tage so eine Meldung gekommen, hier, der Arbeitsspeicher reicht nicht aus, weil ich einfach zu viele Sachen offen habe. Und das Lustige ist, weißt du, was bei mir am meisten der Arbeitsspeicher frisst? Was denn? Der Firefox. Nein. Also wenn du irgendwie ein Firefox-Fenster öffnest, dann will der erstmal 200 Megabyte RAM und ich habe immer ein bisschen viele Fenster offen und naja, wenn du dann noch irgendwie Photoshop und so Späße auf hast, dann ist halt dein Arbeitsspeicher schnell voll. Also ich bin jetzt auch an dem Punkt, also den habe ich jetzt hier auch zwei Jahre, zwei Jahre habe ich das und also für mich wäre das auch angebracht, jetzt die M3 Pro zu nehmen, weil ich kriege auch diese Meldungen und habe schon auch immer mal wieder ein bisschen was da machen müssen, damit ich weiterarbeiten kann. Also ich falle schon in den Bereich, aber ich meine für die meisten Menschen, die nicht mit großen Grafikprogrammen arbeiten und lauter so schnick-schnack, muss es nicht sein. Also die sind wahrscheinlich mit der M2 auch ganz zufrieden. Ja, das ist auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall schnell genug. Wenn man jetzt halt überlegt, sich den kleinen M3 zu kaufen, dann muss man bedenken, ich glaube, der wird nur bis 24 Gigabyte RAM aufrüstbar sein. Das heißt, sobald du mehr RAM willst, musst du auch ein größeres Modell kaufen. Die haben einen gekriegt, ne? Ja. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, das mache ich eigentlich immer, wenn neue Macs kommen, auf die Kaufen-Seite gegangen und dann habe ich mal alles angeklickt, was man nehmen kann. Okay. Also so das rechts unten Modell und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Und wir haben dann einen 16 Zoll M3 Max mit 128 Gigabyte RAM, das klingt sehr gut, und 8 Terabyte SSD. SSD und der kostet 8.529 Euro. 8.000 Terabyte SSD ist aber auch. 8 Terabyte SSD. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Alleine das Upgrade jetzt von 1 Terabyte auf 8 Terabyte kostet 2.500 Euro. Also, wow. Naja, wer Geld hat, ist das sicher kein Problem. Nein. Ja, also wer kauft diese Dinge dann? Wer kauft ja das Maximum? Also, man muss sagen, dass diese, Apple stellt ja die Chips immer so dar, als wären das die schnellsten. Es gibt tatsächlich, Intel Chips habe ich gelesen, die waren jetzt zum Beispiel schneller als der M2 Ultra. Okay. Das war ja das High-End-Modell, das beim M2 unterwegs war und da gab es Intel-Prozessoren, die schneller waren. Allerdings nur mit irgendwie dicker Kühlung und der verbraucht halt wahnsinnig viel Strom. Okay, ja, okay. Nix all, was du irgendwie als Laptop wahrscheinlich nehmen kannst. Und diese Dinger, dieser M3 Max, der verbraucht halt so wenig Strom, dass du den halt in einem MacBook, also mobil nutzen kannst. Und das ist, glaube ich, was gerade für so Spieleentwickler, wenn die unterwegs irgendwie da Sachen arbeiten können. Meine Tochter, die ist ja immer in irgendwelche Gruppen irgendwo, wo sie sich treffen, um da irgendwie dieses Problem zu lösen, das Problem zu lösen, dann auch zu Hause am Arbeiten. Und dann, also die ist viel unterwegs und die arbeitet überall, wo sie ist. Das ist auch diese Generation, die arbeiten überall. Ja, die sind immer mit ihrem Laptop unterwegs. Ja, also von daher, das macht Sinn. Und ich meine, wie gesagt, mit all diesen neuen Medien und all diesen neuen Marketing-Sachen und Gruppen und Bereiche und Sachen, die es jetzt gibt, die immer mehr Leute machen. Auch wir machen immer mehr. Wir machen jetzt Videos und das ist alles, da werden immer, immer mehr so verlangt, technologisch gesehen. Und von daher, es gibt sich ja auch die, ist es eine spannende Idee, dass man ja so alle diese Filme, die man guckt, diese animierte Filme, die sind dann alle an diese Riesen-Macs gebaut worden und gemacht worden. Ja, ist schon gut. Das ist die Richtung. Und auch, aber wie wir vorhin gesagt haben, auch die, die Games spielen wollen. Ja, finde ich auch. Die brauchen auch diesen Markt, die müssen alles, alles reinsaugen wie ein Staubsauger. Ja, hast du auch gesehen, die hatten sogar so einen Chip eingebaut. Ich glaube, den AV1 oder so hieß der, der speziell dafür da ist, um dieses Streaming von Netflix und so zu dekodieren. Also auch damit wieder Strom sparen und dafür extra einen Chip einbauen. Und das ist ja schon irgendwie Wahnsinn. Also ich bin begeistert. Ich sehe noch nicht die Notwendigkeit für mich persönlich, allerdings, also nicht dringend, sagen wir mal. Also Notwendigkeit sehe ich da, aber ich würde sagen, für mich ist es noch nicht ganz so weit. Also ich würde gerne, ich würde gerne noch ein bisschen warten und mal gucken, was es für andere Dinge gibt, weil ich immer noch ein bisschen mit der Idee spiele, so einen großen iMac zu haben. Okay. Das ist besonders, wenn da jetzt so eine Hand-Off-Funktion war, zwischen Laptop und, also zwischen MacBook und iMac. Ja, zwischen allem. Zwischen allem. Ipad, iPhone, ja. Dann ist es wieder interessant, weil ich traue immer noch meinen iMac nach. Aber es muss groß sein. Aber das Hand-Off, das funktioniert tatsächlich schon länger. Das hast du nur noch nicht gehabt, weil du kein Betriebssystem aktualisierst. Ach so. Naja, ich habe gedacht, da ist jetzt nochmal eine Extra-Funktion, die es dann nochmal smoother macht und nochmal effizierter. Also die haben es auf jeden Fall angepriesen, als wäre es was Neues, Spezielles. Ja, okay. Also ich muss dann noch ein bisschen nachschauen, was damit an sich hat. Stimmt. Sie hatten erwähnt, dass die sogar so Remote-Desktop machen können mit hochauflösenden Sachen. Aber weißt du, woran das scheitert? Was denn? An dem deutschen Internet. Ich habe heute gerade gelesen, dass der Glasfaserausbau in Deutschland wahrscheinlich der größte Flop wird, weil die Unternehmen, die den Glasfaserausbau machen, schon kurz vor der Pleite sind. Ja, ich bin sprachlos. Ja, also ich meine, die Idee bei den deutschen Internetleuten ist ja irgendwie gut, aber was dann immer dabei rauskommt, ist irgendwie sehr peinlich. Wir haben jetzt hier unten im Haus gerade dieses Kästchen verbaut bekommen und jetzt lese ich die Nachricht, wahrscheinlich gibt es das gar nicht mehr, weil die Anbieter pleite gehen. Das macht mich sehr, sehr traurig. Und dann hilft dir halt auch der M3 Max nix, wenn er irgendwie toll Daten übertragen kann, weil wenn du kein Internet dazwischen hast, dass das... Ohne Worte, Jens, ohne Worte. Na gut, aber diese Funktion besteht da, wer gutes Internet hat, hat diese Möglichkeit. Ich glaube, in Großstädten sieht es gut aus. Ja, also ich sage mal, ich halte noch ein bisschen meine Füße still, es ist noch nichts für mich. Ach, weißt du, worüber wir gar nicht irgendwie was gesagt haben und zwar über diese neue Farbe, wie gut findest du oder nicht? Space Black. Also ich hatte so, das waren verschiedene YouTuber unterwegs, die das ein bisschen gesehen haben und die haben gesagt, das sieht echt gut aus. Ich fand, es sah sehr unscheinbar aus in der Präsentation. Die meinten, es wäre gut und manche haben sogar gesagt, es wäre echt ein Grund, das Ding nochmal zu kaufen, weil ich unbedingt diese Farbe haben möchte. Die fanden es so gut. Ich fand es ein bisschen unscheinbar, nicht so spektakulär, nicht so toll. Nicht so, dass ich sagen muss, ich muss es haben, aber... Naja, das ist nur meine Meinung. Also vor allen Dingen finde ich ja, dass Apple hat ja irgendwie tausend Grautöne irgendwie auf Lager, ne? So Space Gray, die wird jetzt abgelöst scheinbar natürlich. Bei Space Black. Weil Space Gray ist nicht mehr im Angebot. Aber so wie ich Apple kenne, ist das auch nicht richtig schwarz, sondern halt ein dunkles Grau, aber... Ja, das ist so wie wenn man bei den minimalistischen Menschen, die so irgendwie, du machst den Schrank auf und die haben alles nur in so Cremetöne oder so oder ja. Und das ist so eine ganz andere Weißton als der andere Weißton und so. Das ist Bisque und das ist dann Creme und das ist Antik. Wenn ich mir ein neues MacBook kaufen würde, was vielleicht nächstes Jahr erst der Fall ist, dann würde ich die Farbe nehmen, wenn ich sie kriegen könnte, weil ich finde dunkel immer schön. Ich habe erst gedacht, das hatte so ein Raptor-Finish, hatte es aber nicht. Also da war so ein Bild von oben, wo das Dunkel halt reinging und da habe ich gedacht, ist das so eine Textur drauf, so Raptor-Oberfläche war aber nicht. So wie manche Wohnmobile oder Autos und so. Aber tatsächlich ist es zwar beschichtet mit etwas ganz Besonderem, sodass man nicht so viele Fingerabdrucke da sieht, was mir nicht helfen wird. Das ist ein neues Hightech-Anodisierungsverfahren. Und ich habe extra nachgeguckt, Anodisierung bedeutet nicht, dass da was aufgetragen wird, sondern es bedeutet, dass die Oberfläche oxidiert wird. Wow. Ja. Also die haben ja keine Kosten gespart. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit das gegen die Fingerabdrücke hilft, aber das scheint irgendwie ein großes Ding gewesen zu sein, das besser gegen Fingerabdrücke ist. Ja, also ich denke erst mal, es war kein Flop, war aber auch nicht unbedingt das oberste, megaste Liga, wo ich sofort sagen muss, da muss ich jetzt was kaufen. Aber ich denke, das sind solide Entwicklungen. Gut, sind diejenigen glücklich, die auf diese M3-Chips gewartet haben. Ich denke, andere Sachen werden halt Vor- und Nachteile haben, die können wir ja auch näher drauf eingehen in einer gesonderten Video. Also ich hätte auf jeden Fall Interesse, mal ein bisschen, ja, was sind die Dinge, wenn man diese Kaufentscheidung trifft, worauf soll man ja achten und so. Weil zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, sind nicht alle Anschlüsse bei allen Modellen halt. Und deswegen wäre schon gut, das nochmal gut zu überlegen und vielleicht auch nochmal ein bisschen Aufklärungsbedarf. Ja. So. Soll ich dir noch sagen, was mich echt enttäuscht hat? Was denn? Der neue iMac wird ja, oder auch das MacBook Pro, kannst du bestellen mit Tastatur und Maus. Ja. Und was kommt da für eine Maus? Einen mit Lightning-Anschluss und Tastatur mit Lightning-Anschluss. Wieso das denn? Ja, ich weiß nicht, Ende 2023, alles geht irgendwie auf USB-C, also sowas iPhone. Die hatten die überall aus der Produktion. Die müssen die noch aufbrauchen. Das ist für mich so eine Kleinigkeit, die fand ich ein bisschen enttäuscht, weil die hätte ich tatsächlich gerne gehabt, eine USB-C-Maus. Weil mich nervt es immer alle paar Tage, wenn meine Maus ans Lightning will. Ja. Also ich kann nicht mitreden, ich benutze meine Maus nicht. Nee. Von daher, es war mir gar nicht aufgefallen. Du bist Trackpad-Nutzer, ne? Ja, ich habe deswegen wahrscheinlich auch so Schulzerschmerzen. Ich meine, ich habe all meine Pixelschiebe hier mit dem kleinen Trackpad. Ja, wobei Trackpad ja eigentlich besser ist, oder? Nicht, weil man auf der Sofa, nicht von meinem Photoshop vom Sofa ausmacht. Das ist nicht wirklich hilfreich. Aber egal, das sind Lin-Probleme, nicht allgemein Probleme. Okay. Ja, wollen wir das, also wir halten es heute einfach mal ein bisschen kurz. Ja. Und es gibt ja auch übermorgen schon wieder oder übermorgen schon wieder, sind wir in der Mache mit dem Podcast. Und wir sind ja fleißig am Videos machen, von daher. Ja. Kurz und schmerzlich. Nur unsere Gedanken und wie wir das erlebt haben. Genau. Eure Gedanken könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Sehr gerne sogar. Wir sind gespannt. Und wenn ihr möchtet, Daumen hoch oder auch Daumen runter. Sag, was ihr denkt. Ihr könnt ehrlich sein. Wir freuen uns über Kommentare. Ja, dann schönen Tag noch. Ciao. Ja, macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020